Wer im Team singt im Auto laut mit? Als Erstes wär's mir jetzt du eingefallen. Ich sing tatsächlich mit, aber nicht besonders gut. Das ist nicht die Frage. Stimmt. Wer im Team hat die lustigste Lachung? Wenn Niki lacht, dann ist die Freude groß. Stimmt. Nicht, dass es nicht oft passiert, aber es ist trotzdem was Besonderes. Wer im Team werft nie sein Auto? Ich verschmied nie mein Auto. Echt? Irgendwann kommt der Regen her, ne? Genau, so bin ich auch. Den Weg in die Wachstraße machen. Keiner von uns wäscht seine Ausschau. Das ist ne faule Mannschaft. Wer im Team hat den besten Torjubel? Ja, Poppy, oder? Sehr eindeutig. Wer im Team hat das Auto mit der auffälligsten Farbe? Also Lina Margul hat ein rotes Auto. Ah, echt? Lina hat eins? Wer im Team hat als Letzte ihren Führerschein gemacht? Jüngste, oder? Ja, das Jüngste. Anna? Wir tippen auf Anna. Wir tippen auf Anna. Wir tippen auf Anna.